Ich hasse dich. Ich wünschte, du wirst nie zurückgekommen. Du hast mein Leben zerstört. Du kannst mich nicht kaufen. Komm schon, Lucas. Du siehst das falsch. So was mache ich für Menschen, an denen mir was liegt. Wie, liegt jetzt was an mir? Fast wäre ich darauf reingefallen. Weißt du was? Ich schäme mich dafür, okay? Das ist der letzte Trick, den ich wirklich schreibe, indem ich dir fortzum nochmal meine Gefühle zeige. Ah, es wird nie mehr wie früher. Nein, Schlampe, ich schrei dich an wie der Führer. Fast schau dich an, Nutte, geh und verrecke. Wie konnte ich dich lieben? Du bist eh nur das Letzte. Fass mit deinen Lügen, du bist selbst eine Lüge. Dein Leben ne Lüge, kein Leid, nur Betrügen. Schau in den Spiegel und sag, was du siehst. Denn ich seh nur ne Hure, die dem Paten verdient. Und jetzt bekommst du das, was ich dir wünsche. Die dich und deine Schuld auch nun endlich erdrücken. Stolz, Nutte, hast du nicht. Wie du hörst, hasse ich dich. Gut reden mach ich nicht. Kopffegen schaffst du nicht. Und umgehe deinen Weg und verpiss dich. Ich kann der ganzen Welt nur sagen, dass du eine Bitch bist. Seitdem du weg bist, ist das Leben geil. Meine letzten Worte, geh und versteck dich. Was ist mit Liebe? Deine Liebe ist hässlich. Und ab jetzt sind doch unsere Wege geteilt. Schau in den Spiegel, was war nicht richtig? Spür meine Masse, weißt du, fick dich. Ich kann halt nicht mehr Lucas instagram weitergehen. Ich kann mich nicht mehr丈夫 sein. Wo hid twin das in das echte lifeg segments europäische Hauptfänger, Vielen Dank.